So, da ist er. Ach, klasse, sehr gut. Alles da. Ein ganz schöner Frage. Eine Frage vorweg, warum wird bei der Fahrschule zur Praxisübung kein Porsche benutzt? Ja gut, okay, wenn du der Meinung bist, dass du dich gleich umbringen willst, bevor du überhaupt schon mal gefahren bist. Ja, ich dachte, das wirkt vielleicht draußen für die Leute besser, aber die sind der Bots. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Wo ist denn der Schlüssel? Ach, hätten wir da vielleicht mal nachfragen sollen? Ja, haben Sie auch einen Schlüssel für mich? Zack, knick, knack, herkommen, abholen. Da ist der Blinker. Äh, ja. Wenn du den nach oben schaltest. Nach oben? Nach oben, nach oben. So, die Hände bleiben zum Blinken aber am Lenkrad. Ach so, die einfach so zack und zack. Nein, nur, jetzt hast du Fernlicht an. Ah, so. Jetzt denkst du dir mal an, nach rechts zu lenken. Lenken, übergreifen. Schreiben wir schon, machen wir aus, regnet jetzt noch nicht. Ach so, wie kann ich den wieder ausmachen? So, erkläre ich dir nachher. Kupplung weiterkommen lassen, weiterkommen lassen. Blinker rechts einschalten. Blinker rechts. Blinker rechts. Nach oben, nach oben, nach oben. Weiter links. Nach rechts wollen wir doch. Ach so. Wenn wir nach rechts blinken, fahren wir auch nach rechts. Machen Blinker wieder. Mit dem rechten Fuß, nach unten. Guck mal hier. Mit dem rechten Fuß, nicht die Bremse, das Gas. Mit dem rechten Fuß. Da. Oh, das geht ja ganz schön ab. Außen schlafen die Kupplung. So. Und vor allen Dingen, wenn ich hier lenke, dann lenkst du nicht mehr. Ah, okay. Das ist rechts. Ach so. Ersten Gang, das ist Scheibenwischer. Nimm den Finger weg da. Ersten Gang einlegen. Ja. Zack. Kupplung auf den Schleifpunkt. Kupplung auf den Schleifpunkt. Blinker links, beide Hände an den Schleifpunkt. Blinker links, das ist rechts. Links. Oh, Marta Maria, was bist du denn für einer? So, gib mal ein bisschen Gas hier. So, ich habe wieder runter. Gas geben, rechten Fuß. Kupplung kommen lassen. Kupplung kommen lassen. Ja, ist, ist, ist. Gas geben, ein bisschen. Stell dich doch nicht so dumm an. So, links. Na, du bleibst die Hände am Lenkrad. Ja, okay. Das sichere Führen von Fahrzeugen erfordert beidhändige Lenkung. Das gilt auch für dich. Im Dorf kennt ja jeder jeden. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Wir fahren hinten an. Ja. So, die rechte Seite ist da, ne, nicht die linke. Ja, aber das ist doch der Fahrradfahrer. Ja, dann nimm mal Gas weg. Soll ich den mitnehmen? Nein, du sollst sie nicht wegnehmen. Gas weg. Gas weg, sonst kriegen wir hier gleich ein Ticket. Alles klar. Bin ich mal ein Führer schon schneller los, als du dann hast. In deinem Fahrstreifen, in deinem Fahrstreifen bleiben, nirgendwo anders hinfahren. So, Gas weg. Kupplung. Rechts abbiegen. Ja, Blinker rechts einschalten. Alles klar. Gas wegnehmen. Gas wegnehmen. Okay, ich halte mal bei einer roten Ampel an. Ja, nicht die schlechteste Idee. Guck mal wieder kommen lassen. Da vorne ist die Halblinie. Guck mal wieder. So, und Gas geht. Das ist die Bremse gewesen. Ja, jetzt fahren wir. Ist ja grün. Okay. Nicht so viel Gas. Das war lebensgefährlich. Äh, also ich hab mich sehr sicher gefühlt beim Fahren. Ja, das ist schön. Ich nicht. Okay. Also mehr von deiner Sorte und ich geb meinen Job auf.